Was geht ab Freunde? Stefan hier von FIFIFA und herzlich willkommen zu einem weiteren Pack Opening. Heute geht's los mit dem Team of the Season. Ja und falls ihr auch noch Packs öffnen wollt, keine Münzen habt, schaut gerne bei unserem Sponsor in der Videobeschreibung nach. Dort findet ihr alles von Münzen, von bis PSN Cards, Xbox, Microsoft Points, einfach alles. Und wenn ihr dort einkauft, unterstützt ihr uns auch. Wir fangen direkt mal an mit diesen Special Packs. Wir haben 10 Stück davon, werden die auch jetzt alle ziehen. Wir werden ein dickes Pack Opening machen. Er hatte ja gestern nicht so viel Glück. Ja und erstmal wollte ich noch sagen, Dankeschön an Pascal Raschle für 51.000 Münzen. Der hat uns hier ein bisschen was gesponsert. Company, Vincent Company, aber den haben wir schon. Wie bitter ist das denn? Guck mal, wir ziehen direkt hier einen geilen Spieler. Aber leider haben wir den schon, das ist natürlich echt bitter. So Freunde, weiter geht's mit dem zweiten Pack. Und ich hab's heute einfach im Gefühl, wir werden zu 100%, ich sag's euch einfach, wir werden heute einen blauen Spieler ziehen. Egal wem, wir werden heute einen ziehen. Ich hab's einfach im Gefühl. Letztes Jahr hatte ich ja gleich zwei Stück. In zwei Packs, also zwei aufeinanderfolgende Packs, hatte ich einen drin. Ah, Rufier leider nur. Aber, ähm, ja letztes Jahr hatte ich ein bisschen mehr Glück. Aber wir haben ja immer noch acht Packs. Das heißt, es geht aber auch gleich direkt weiter. Bis gleich. Look at me, I'm the boss, I'm Pano. So, wir haben noch acht verbleibende von denen. Und während sich der Ball dreht, wollte ich einmal gerne Emre vom Quiz-Duell grüßen. Ja, wir haben schon ganz viele, wir haben so viele Duelle geliefert bei Quiz-Duell. Das ist unfassbar, ne? Aber irgendwie ging das meistens für mich aus. Ich weiß auch nicht, ob der mich gewinnen lässt. So kommt mir das irgendwie immer vor. Auf jeden Fall ist das ein cooler Typ. Ich wollte dich hiermit grüßen, Emre. Und, ähm, ja. So, dieses Pack war irgendwie nicht so gut, nicht so gut. Wir packen alles zum Verein und dann sehen wir uns gleich wieder. So, weiter geht's. Freunde, schreibt mal bitte gerne in die Kommentare, ob ihr schon mehr Glück hattet, wie ich bisher in diesen drei Packs. Das war ja bisher aus, ja, okay, Company war nicht schlecht. Aber hattet ihr schon ein Team-of-the-Season-Spieler drin bestimmt? Oder alle ziehen ein und ich ziehe keinen bisher. Wir haben hier 9-Golan drin, den haben wir, glaube ich, schon. Aber der ist hier von AS Rom. Ansonsten haben wir hier auch nichts dabei. So, 6 Stück gibt's noch. Komm, wir machen jetzt einmal hier ein bisschen Klatsch, Klatsch in die Hände, Junge. Wir machen jetzt ein bisschen Party-Stimmung. Und jetzt werden wir aber auf jeden Fall einziehen. Komm schon, bitte. Wir müssen einziehen. Wir müssen einziehen. Ich will so einen scheißblauen Spieler. Komm schon, diesmal haben wir... Ey, warum haben wir nicht Cahill? Mann, Mann, Mann. Wellington, Wellington, viele Verträge. Ansonsten haben wir hier wieder Duplikate en masse. Ja, das war leider nicht. Freunde, wisst ihr, was das geil ist? Heute muss ich einfach keine Packs zählen, weil ich weiß, wenn die hier alle abgelaufen sind, dann kann ich nicht mehr ziehen. Also, das heißt, dann sind die 10 Packs vorüber. Letztes Mal hatte ich mich ja, glaube ich, auch verzählt. Irgendwie zählt nicht so ganz meine Stärke. So, aber jetzt bitte, bitte, bitte. Ein blauer Spieler. Wir brauchen einen blauen Spieler. Ja, Raphael, jawohl, Junge. Vor allem noch von Gladbach. Was ist da los? Raphael, Junge, da ist der blaue Spieler. Ich habe gedacht, den Spieler ist. Und wir haben ihn bekommen. Was habe ich euch gesagt, Freunde? Jawohl, jawohl, jawohl. Nando. Ist das, nein, das ist doch gar nicht Raphael. Das ist Raphael, 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 Raphael. Mein Gott, haben wir hier noch Brayford mit seinen seitig glänzenden Armen. Raphael, was für überragende Werte. Mein Gott, ich habe es euch gesagt, wir ziehen ein. Ich habe es euch gesagt. Und wir haben einen gezogen. Vielleicht haben wir hier noch irgendwas Geiles drin. Schon wieder Terry und Mahia. Der guckt ja, als ob der gerade einen Geist gesehen hätte. Aber wir haben ihn gezogen. Wir haben ihn gezogen, Freunde. Ja, Mann, das freut mich richtig. Geil einfach nur. So, den packen wir dazu. Ansonsten haben wir auch noch gute Spieler. Luis Gustavo, Gips, Bia Biani. Wir packen alles dazu. Jawohl, Freunde. Und so geht es auch weiter. Ohne Spaß, ne? Wir ziehen jetzt weiter so. Und wir werden noch einen von diesen blauen Spielern ziehen. Wir haben noch vier Packs. Vier Packs haben wir noch. Und es geht direkt weiter. Ich habe es im Gefühl, ohne Spaß. Ich habe euch gesagt, wir ziehen heute einen. Und wir werden noch einen ziehen. Ich habe es euch gesagt. Und diesmal wird es am besten jetzt direkt sofort. Ey, ich bin nur noch am Labern. Nur am Labern. Wie so ein Laberfisch. Egal, wir werden ihn jetzt ziehen. Komm, noch ein blauer. Derossi, komm, Derossi. Der hat wenigstens, wenigstens hat er ein blaues Trikot an. Das muss man sagen. Fast alles blau. Ähm, ja. Was haben wir hier sonst noch? Packen wir alles zum Verein hinzu. Dann sehen wir uns gleich wieder mit dem nächsten Team of the Season Spieler. Doch, Freunde. Wir haben noch drei verbleibende Packs. Das heißt, wir können auf jeden Fall noch sechs Team of the Season Spieler ziehen, Freunde. Ich bin richtig heiß jetzt auf diese blauen Karten. Ey, Raphael. Was für ein geiler Spieler für unsere Pack Road to Glory. Endlich mal einen geilen zentralen offensiven Mittelfeldspieler. Mein Gott. Jetzt geht es weiter. Wen haben wir drin? Wieder ein blauer. Hulk. Hulk ist auch gut. Hulk ist geil. Hulk ist gut. Wir haben hier noch Lodi, Bruma und natürlich hier Young. Der ist auch nicht so schlecht. Auf jeden Fall Hulk, Hulk. Ein geiler Spieler für unser brasilianisches Team. Packen wir direkt alles dazu. Zwei verbleibende Packs noch. Mein Gott. Was ist denn hier los? Wir haben den blauen Spieler gezogen. Guck mal, dieses blaue hier. Und das wird uns jetzt noch weiter Glück beschern. Wir ziehen jetzt hier das vorletzte Pack. Und Freunde, da muss noch, ey. Wenn jetzt ein blauer Spieler kommt, ey. Ich schmeiß den Controller hier in den Kern sehr. Und dann werde ich es komplett ausrasten. Ich werde diesen Schrank da hinten einfach umschmeißen. Mit Blu-Res werden rausfliegen. Dann haben wir noch mehr blau hier. Ey, wollen die mich verarschen? Drei mal Terry. Das gibt es doch gar nicht. Drei mal Terry. So was habe ich auch. Was ist denn das hier? Er sollte mal zum Friseur gehen. Das war ja gar nichts. Ab zu so, Handa. Boah. 5.000 Münzen noch. Aua, das gefällt mir. Aber dreimal Terry gibt es sowas. Das kann doch gar nicht wahr sein. Warum ziehen wir nicht einmal Cahill? Egal. So, wir packen jetzt eben noch alles dazu. Und dann gibt es das letzte entscheidende Pack. Terry, verpiss dich mal, Terry. Wir haben schon dreimal jetzt gezogen. Das gibt es doch gar nicht. Jetzt das letzte Pack. Letztes Pack, Nosepack, Freunde. Wir haben natürlich, wir haben schon einen blauen Spieler gezogen. Aber Freunde, einer geht auf jeden Fall noch. Zack. So, Nosepack. So, ey, komm. Nosepack, komm. Komm, bitte jetzt. Noch einen, noch einen, noch einen blauen Spieler. Und wir jetzt den blauen Spieler ziehen. Boah. Komm, der blaue Spieler. Jetzt kommt der blaue Spieler. Ich gucke mich hin. Ich gucke mich hin. Wen haben wir drin? Jetzt wurde es gerade eingeblendet. Ey, wenn wir jetzt einen blauen Spieler haben. Ich gucke jetzt langsam hin. Was ist das denn für ein Pack? Das war ja mal das beschissenste Pack von allen gerade. Das war ja mal gar nichts. Egal, Freunde. Ich traufe. Es hat euch gefallen. Wir haben einen blauen Spieler gezogen. Dann noch einen von Gladbach. Ein von nur perfekt. Freut mich richtig für unsere Pack Road to Glory natürlich. Ja, Freunde. Falls ihr auch noch Packs wollt, wie gesagt, schaut bei unseren Sponsor vorbei. Dort Münzen. Könnt ihr alles einkaufen. Dann haben wir auch was davon. Würde mich natürlich sehr freuen. Nein, nein, natürlich auch. Schaffen wir die 2500 Likes für diesen geilen blauen Spieler. Würde mich sehr freuen. Ja, Freunde. Es geht auf jeden Fall demnächst auch weiter mit Pack Openings für das Team of the Season. Ja, Freunde. Das war es soweit von mir. Ich gehe jetzt nämlich erstmal noch feiern. Ein bisschen hier für den blauen Spieler. Ja, Freunde. Das war es. Haut rein. Bis dann. Und ciao. Tschüss. 厚! when all I see you out of me is out of me is out of me is future. you